. . . . . . . . Ich darf mich Herrn Ministerpräsidenten zu erobern. Herzlich willkommen. Ich darf mich beim Herzlichen lieben. Vielen Dank. Ich wünschte Ihnen viele Menschen, aber ich liebe mich, dass die erste Klinik-Kirälyn-Kirälyn-Kirälyn ist so schön und so schön, dass wir uns die einzige Klinik-Kirälyn finden, Und so wie das in der Vergangenheit in der Vergangenheit ist, dass die Zukunft in der Vergangenheit und die Zeitung des Christophs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für unsere Aufmerksamkeit. Vielen Dank.